Ja, ich befinde mich hier in der Nähe von Bischofshofen, St. Johann und Wagrein. Ich bin gerade aus einem Termin raus, wo es um wunderschöne neue Ferienhäuser geht, schöne Gründe, die wir in Kürze für Sie aufbereitet auf unserer Homepage präsentieren. Hier geht es um zwei wunderschöne Almchalets mit Zweitwohnsitzwidmung, unmittelbar vor den Toren von Ski Amade. Lassen Sie sich überraschen, wir lassen uns hier ganz was Spezielles einfallen, denn es ist ein ganz spezieller Platz, besonders für Naturliebhaber. Wie Sie hören und sehen, ist es sehr natürlich mit ein paar Nachbarn. Es ist ein ganz besonderer Platz hier. Sie werden begeistert sein. So, jetzt nehme ich Sie mit und mache nochmal einen kurzen Schwenker, dass Sie auch wissen, wie es hier ausschaut. Hier oben hinter mir sehen Sie das Grundstück, in das es geht. Hier werden wir zwei Einzelschalets für Sie hinbauen, in einer ganz, ganz exklusiven, schönen Bauausstattung, Bauausführung. Die Zuwägung ist gesichert, die Häuser werden an ein zentrales Kanalsystem angeschlossen und Sie haben hier, was das Besondere ist, einen Zweitwohnsitz. Ja, es ist oft gar nicht so einfach, diese Plätze und diese Perlen zu finden, denn sowas wird in der Regel nicht verkauft. Solche Gründe werden in der Regel nur dann verkauft, wenn sich in der Familie was verschiebt, wenn eine Generation der anderen sowas übergibt und man nutzt es vielleicht nicht mehr so, wie man sich das vorgestellt hat. In der Regel kommen diese Immobilien aber nicht auf den Markt, wie sie vielleicht schon festgestellt haben. Alpenimmobilien hat immer mal wieder das Glück, an solche Perlen ranzukommen und deswegen freut es mich umso mehr, Ihnen bald ein tolles Projekt hier im Gebiet um Ski-AMADEE herum anzubieten. Also, bleiben Sie neugierig und freuen sich auf das Angebot. Ihr Michael André Alpenimmobilien – Ihr kompetenter Anbieter für geprüfte Ferienimmobilien in den Alpen. Also, bleiben Sie im Gebieter für geprüft, wenn Sie im Gebieter haben,